Ich bin's, der Gux. Ich befinde mich in der absolut geilen Verfassung, dass ich machen kann, was ich möchte. Ich habe keinen Druck. Keiner ist da, der mich irgendwas zwingt zu tun. Ich kann mich frei entfalten. Aber ich nehme mich selbst gefangen, was eigentlich noch perverser ist, als wenn irgendjemand anders die Hoheit über mich hätte. Deswegen höre ich jetzt mit Star Citizen auf. Also ich höre nicht auf, aber ich mache es nicht mehr für euch. Ich werde mich jetzt um die Orga kümmern, also um mich und den Spaß und die Freizeit. Ich freue mich sehr darauf, mit der Orga mehr Zeit zu verbringen. Weil die Stream-Zeiten, wo ich mich mit SC beschäftige, die laugen mich ganz schön aus, weil irgendwie nichts da ist zum Zeigen. Und jede News ausquetschen und alles ändert sich zweisekündig, macht mich fertig. Ich kann das nicht. Es bin nicht ich. Ich mache sehr gerne Spaß mit euch und für euch in Livestreams. Ich bin erstmal weg. mit Star Citizen. Ich streame, wenn ich Bock habe. Ich überlege nochmal, was ich anders machen soll. Ich mag euch trotzdem. Ich bin vielleicht, vielleicht spiele ich auch wieder Star Citizen, aber rechnet nicht mit mir. Ich grüße die anderen, ich grüße ganz lieb die anderen Creator. Dann viel Glück an die, die jetzt angefangen haben oder auf dem Weg nach oben sind, sich Zuschauerschaft zu erarbeiten. Auf jeden Fall, ich bin aus der Star Citizen 10 jetzt erstmal weg. Glaube ich. Es bleibt noch alle so stehen. Ihr könnt euch die Sachen angucken aus den Whats oder was auch immer. Vielleicht mache ich andere Sachen und begrüße euch dann. Also bleibt einfach. Löscht meinen Kanal nicht. Bitte, ich brauche euch. Vielleicht später nochmal. Wer weiß. Keine Ahnung. Ich bin froh, dass ich machen kann, was ich möchte und ich mache jetzt erstmal Pause davon. Vielleicht bin ich morgen auch schon wieder da mit irgendwas anderem. Ich gehe gleich auf die Couch und überlege mir, warte. Also, bis später, Alligator. Ihr dürft mich gerne, ihr dürft mich gerne PM oder anschreiben. Oder wenn ihr mich zu eurer Late Show einladen möchtet, zum Talk von mir aus. Ich bin halt auch nur einer von vielen. Aber es geht halt nicht jetzt mehr. Ich schaffe das so nicht. Wisst ihr, was ich meine? Ist ein hartes Pflaster. Wenn man, wenn man was will und in so einer Nische sich bewegt. Ich mag die Community und ich mag CIG. Auch wenn die viel Scheiße bauen. Genauso wie die Community. So, man muss mit was Nettem enden, ne? Man muss mit was Nettem enden. Hier. Hey, ihr seid doch alle nur auf der Suche nach Liebe. Ihr seid doch alle nur Liebesdiebe. Wir sehen uns auf diesem Kanal oder woanders. Ist ganz egal. Macht es gut. Jay hat nur noch Leo. Wir sehen uns am Tag. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.